Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rückkehr in die Gegenwart, anzunehmen bei Sovidormi. In halt was zu's? Morgen der Primalisten. Hier hingekommen seit ich normalerweise durch die Vorquest, das war die Quest in die Zukunft, habe ich irgendwo auch hier in der Liste in die Zukunft und dann müsst ihr zwei Vorquests erledigen. Außerdem ihr müsst die Verwahlabstimmung mindestens, ja doch, die Verwahlabstimmung müsst ihr mindestens im Questlog haben. Vielleicht auch sogar abgeschlossen. Auf jeden Fall auch ohne abgeschlossen ist diese Quest vorhanden, wenn ihr die Quest Zeit verschaffen und Widerstand ist nicht zwecklos abgeschlossen habt. Lange Rede, kein Sinn. Ich nehme die Quest gleich mal an. Nun zerchiere das Portal. Und die Quest ist abzugeben bei Nordstormu. In halt was zu's? An dieser Position? Ihr seht ja wo ich stehe, Fragezeichen total deplatziert. Keine Ahnung, Bug in der Beta? Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniert-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.